Ernst war gut im Erfinden von Ausreden, um seine Ohren nicht waschen zu müssen. Er war auch gut darin zu vergessen, seine rohe Möhre in der Schule zu essen. Und er schaffte es, seinen Lebertran nicht zu nehmen. Hast du daran gedacht, deinen Lebertran zu nehmen, Ernst? fragte die Mutter eines Tages. Du weißt, dass der Arzt nach deiner letzten Krankheit gesagt hat, wie wichtig es für dich ist, Lebertran zu nehmen. Ich habe meine Hände gewaschen, sagte Ernst, indem er versuchte, das Thema zu wechseln. Danach habe ich nicht gefragt, sagte die Mutter. Ich habe dich gefragt, ob du deinen Lebertran genommen hast. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, Mami, aber morgen werde ich mir ganz bestimmt daran denken. Doch Ernstens Mutter wollte nicht bis morgen warten. Sie nahm die Flasche mit dieser widerlichen Flüssigkeit aus dem Badezimmerschrank und befahl Ernst, einen Löffel aus der Küche zu holen. Also lief Ernst in die Küche und kam blitzartig wieder zurück. Ich habe keinen Löffel gefunden, sagte er. Können wir diese Gabel nehmen, Mami? Musik Untertitelung des ZDF, 2020